Hi und herzlich willkommen hier beim We Love MMA Podcast. Wie immer reden wir heute über KSW und die UFC. Lasst doch gerne eine Bewertung bei iTunes da oder ein Follow bei Spotify oder auch einen Daumen nach oben bei YouTube. Je nachdem, wo ihr das Ganze euch natürlich anhört. Kommen wir gleich mal zu KSW. Das war ein bewegter Abend gestern, muss ich sagen. Es gab einige Highlights auf der Fightcard. Wir hatten einen sehr, sehr geilen Knockout. Wir hatten einen Post-Fight-Brawl und wir hatten den Kampf von King Kong Martin Zavada. Martin Zavada hat den Kampf leider via Decision verloren. Schade, er ist eine absolute MMA-Legende. Das habe ich in der letzten Episode schon gesagt und ich habe mich auf diesen Kampf auch wirklich gefreut. Aber wie dem auch sei, hatte er diesen Fight leider verloren. Trotzdem hatte er auch seine Aktion gebracht in diesem Fight. Aber auf den Punktzetteln hat es dann leider nicht gereicht. Dann hatten wir einen Post-Fight-Brawl. Das war beim Fight zwischen Shamil Musaif und Juricic. Da kam es nach dem Kampf zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden. Grund dafür war im Endeffekt, dass der Verlierer Juricic eine Faust geworfen hat auf ein Teammitglied von Musaif. Das heißt, er hat ein Teammitglied von Musaif geschlagen oder zumindest eine Faust geworfen. Ich weiß nicht, ob er ihn getroffen hat oder nicht. Auf jeden Fall wollte er ihn schlagen. Und dann kam es eben zu dieser Eskalation. Da gab es einen Take-Down, dann gab es einen kleinen Brawl. Da sind die Teams dazwischengegangen und, und, und. Und ich meine, dass es, soweit ich weiß, keine Konsequenzen hat für die Kämpfer. Ich denke aber, da ist man auch einfacher gestrickt als in den USA. Ich denke, da macht man nicht einen so riesen Trarat raus. Und, ja. Saladin Panas gehörte zu den Top-Newcomern bei KSW. Wurde zuerst Interims-Champion. Dann wurde er der richtige Champion. Und der wurde aber von Daniel Torres brutal ausgenockt in der ersten Runde. Das war ein geiler Knockout. Also ich denke, wer KSW geschaut hat, kam auf seine Kosten und wurde wirklich gut unterhalten. Je länger das Event ging, desto geiler wurde das Ganze auch. Also, ich hoffe, wer eingeschalten hat, der hatte auch seinen Spaß. Ich hatte meinen Spaß. Hat sich gelohnt in meinen Augen. Und dann können wir auch schon eine Preview für die nächste UFC Fight Night geben. Denn im Main Event haben wir einen Fight, auf den freue ich mich. Und zwar haben wir Alistair Overeem vs. Alexander Wolkow. Und Overeems Record 47 zu 18 zu 0. Dabei reden wir vom Profi-MMA. Ich denke, im Kickboxen hat er nochmal viel, viel mehr Kämpfe. Alexander Wolkow steht 32 zu 8. Das wird ein geiles Duell von zwei Strikern. Das heißt, wir dürfen da, denke ich, ein Duell im Stand erwarten. Auch wenn Wolkow ein nicht zu unterschätzendes Ground-Game besitzt. Das haben wir auch gegen einen Greg Hardy gesehen zum Beispiel. Und Overeem, na, das ist ein schwieriges Thema. Schafft es Overeem nochmal zum Gürtel? Ich persönlich glaube schon. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass wir da nochmal einen Champion Overeem, äh, nicht einen Champion Overeem sehen werden, sondern einen Titelfight von Overeem sehen werden. Ich meine, wenn er jetzt gewinnt, dann hat er nun mal sehr viele Siege eingefahren in letzter Zeit. Auch gute Siege, auch wichtige Siege. Und seine Niederlage gegen Rosenstruck war ärgerlich. Aber auch Dana White weiß, Overeem hat die meiste Zeit in diesem Fight gewonnen. Und wer jetzt sagt, hey, das zählt aber nicht, weil er hat ja offiziell verloren. Leute, wir reden immer noch von der UFC, die Romero den Titelkampf gibt, während Paolo Costa gewonnen hat, die Jose Aldo den Titelkampf gibt, während Malo Morais gewonnen hat und so weiter. Das heißt, du musst nicht unbedingt der Sieger sein, um als Sieger gewertet zu werden. Das mag vielleicht blöd klingen, aber die UFC hat in der Praxis nun mal gezeigt, dass sie so handelt. Und ich kann mir vorstellen, wenn Overeem das hier gewinnt, vielleicht muss er nochmal an einen Curtis Blades vorbei. Ich bin persönlich ein großer Fan von Overeem gegen Jon Jones. Mann, ich weiß, Dana White will Jones gegen den Sieger aus Deeper und Nganu buchen, aber hey, warum heißt ein Alistair Overeem nicht ein Jon Jones im Heavyweight willkommen? Overeem ist eine absolute Kickbox-Legende, eine Kampfsport-Legende. Ich glaube, er ist schon länger im Kampfsport, im Profikampfsport dabei, als ich alt bin. Also Overeem ist wirklich, wirklich ein großartiger Typ und ich würde ihm ein Titelfight nochmal gönnen, zumal er, ja, das ist sein letzter Run. Das ist seine letzte Chance in Richtung Gold. Ich denke nicht, dass er einen Titel gewinnen könnte, aber ich denke, dass er auf jeden Fall nochmal um den Titel kämpfen kann. Im Co-Main-Event haben wir Corey St. Hagen gegen Frankie Edgar im Bantamweight. Corey St. Hagen, ja, den kennen wir von seinem geilen Knockout gegen Marlon Morales und Frankie Edgar, muss ich nicht mehr vorstellen, den kennen alle. Auch ein guter Kampf, auch ein wichtiger Kampf für die Zukunft im Bantamweight. Denn klar, wir haben jetzt einen Corey St. Hagen, wir haben einen T.J. Dillashaw, der darf wieder kämpfen. T.J. Dillashaw ist frei, er darf wieder kämpfen. Nach zwei Jahren ist es soweit. Zwei Jahre sind schon rum, seitdem Dillashaw gesperrt worden ist. Überlegt euch mal, wie wahnsinnig schnell die Zeit aber auch vergeht, ey. Und dieser Kampf bestimmt, denke ich, auch den nächsten Titelcontenter. Wenn St. Hagen gewinnt, dann kann man ihm nichts mehr abstreiten. Er ist aktuell Platz drei. Wir haben Sterling gegen Jan im März, meine ich. Und ich denke, der Sieger aus Sterling vs. Jan trifft dann auf Corey St. Hagen, sofern Corey St. Hagen gewinnt. Ich denke nicht, dass Frankie Edgar den Titelshot bekommt, wenn Frankie Edgar gewinnt. So ehrlich muss ich sein. Diego Ferreira haben wir ebenfalls drauf. Wir haben einige gute Kämpfer. Wir haben Michael Johnson gegen Clay Guida. Mensch, wir haben Clay Guida auf der Fightcard. Dass der immer noch kämpft, ist für mich immer noch ein Wunder, aber auch eine absolute Legende. Ich meine, Leute, wenn ein Kämpfer gleichzeitig in der Hall of Fame, in der UFC Hall of Fame ist und in der UFC kämpft, dann weiß man, okay, der ist alt und der ist schon lange dabei. Aber er hat auch seine Schlachten geliefert, muss man sagen. Dann war es das mit dieser Episode. Ich hoffe, ihr freut euch auf die nächste UFC Fight Night. Link für einen Gratis-Monat. Für The Zone gibt es wie immer in der Wheel of MMA Instagram Story. Das heißt, checkt das gerne mal aus vor der Fight Night. Und dann wünsche ich euch nächste Woche viel Spaß. Bis dahin. Macht es gut. Ciao, ciao.